Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge GTA 5. Wir spielen heute ein Verwandlungsrennen Luftwechsel zusammen mit Dr. T-Style. Hallo. Ich bin es auch mit von der Partie. Ich glaube, ich hätte das Renn-Dings vorher starten sollen, bevor du den angemacht hast. Egal, Profis am Werk. Ja, halt das so. Egal. Ich glaube, ich sollte mal mit meinem Knie zum Arzt. Autsch, das tut weh. Nicht gut, nicht gut. Oh, so ist es besser. Entweder ich müsste mit dem Arzt oder ich müsste mir einfach mal meinen Stuhl kaufen. Stuhl wäre eine bessere Lösung. Warum brauchst du eigentlich immer so lange? Du hast weniger Autos als ich. Ah, ich brauche aber etwas Schönes Fressen. Um deine Hässigkeit zu verstecken oder was? Oh, jetzt ist schon wieder Radio an. Ich habe Radio ausgemacht. Ich hasse das. Hast du dein Einhorn eigentlich an? Äh, ich glaube, das ist nicht mein Rennkostüm. Warum schon? Wieso habe ich meine Maske nicht auf? Das muss ich ausmachen. Ich soll es jetzt wirklich in den Einstellungen noch mal ändern, dass man irgendwie Radiosender nicht hört. Ich habe keinen Bock mit GEMA-Vector-Probleme zu haben. Er hatte dieselbe Idee. Nein, eigentlich wollte ich driften, hat nicht so geklappt, dann habe ich dich lieber weggerammt. Ja, läuft bei dir. Scheiße, so ein Ding ist das. Nein! Ich verkalk. Nein, ich kann nicht fliegen. Ich kenne das gar nicht. Ich habe den Punkt ver... Nein, ich muss... Warte mal, kann ich... Kann ich hier so... Oh nein, durch die Röhre. Ich kann doch nicht fliegen, ey! Warum hast du so einen Müll ausgesucht? Wie gut, dass ich meine Flugscales habe. Auf dem Bild war ein scheiß anderes Fahrzeug zu sehen. Und nicht so einen Müll hier. Da war aber auch ein Flugzeug und ich kann ein Luftwechsel drüber. Ja, schön! Ich habe mir schon gedacht... Was heißt denn für dich Luftwechsel? Dass du ins Wasser gehst, oder was? Ich habe da drauf nicht geachtet. Ich dachte irgendwas mit wechseln. Und da war dieses Raketenauto zu sehen. Ich dachte, damit fliegt man rum. Ja, auch. Was heißt ja ja auch? Wozu habe ich mir denn mein Auto ausgesucht, wenn ich es nicht benutzen darf? Du darfst dein Auto ja benutzen, nachdem du fertig bist. Ich bin fertig zum Beispiel. Ich bin jetzt irgendwie zwei Meter... Ich bin zwei Meter jetzt hier gefahren, ey. Äh, Torben, wie aktiviere ich das mit dem Fuß? Doch, ich stehe doch nicht. Ich habe schon. Schon gut. Jetzt habe ich wieder mein Auto! Und es kommt Flugzeug, lol. Lol, Jet, lol, lol. Ich sehe nichts. Please, no! Hä, lol. Ich wechsle von Auto zu Auto. Alles klar. Uuuuiiii! Hörst du durch die Röhre? Ja, huiiiiiii! Nein! Nein! Ja, genau! Motorrad! Yo! Wie auch immer ich das gerade geschafft habe! Bist du schon im Motorrad drin? Nein, nein! Scheiße, scheiße! Nein! Ah! Es war so. So. Das ist dieses Flugmotorrad. Mit A öffnest du die Flügel. Scheiße! Nein! Ich bin an dem Punkt vorbeigeflogen! Flügel! Du hast das gesagt mit den Flügel, die ich drücke ab. Und fliegt voll an dem Punkt vorbei. Also am Anfang war irgendwie scheiße, weil ich nicht gut fliegen kann. Aber jetzt macht es doch irgendwo Spaß. Und ja, ich nehme es zurück. Da vorne wechselt man auf einem Blitz. Ich glaube, da sollte man aber noch nicht hin. Ja, wie weit bist du weg? Keine Ahnung, bei einem anderen Punkt vorbeigeflogen. Aber was könnte jetzt der Blitz sein? Vielleicht der Runer? Ich denke mal, das ist der Runer. Keine Ahnung, ich flieg mal durch. Aber hat nicht funktioniert. Du musst zu dem Punkt hin. Und von der anderen Seite. Du... Nein, ich fall runter. Really? Okay. Alles klar. Man wechselt hier erst auf ein Propellerflugzeug. Warum? Ja! Nö! 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 Du musst mit so einem Minim Probleme Flugzeug Scheiße fliegen, durch ne Röhre durch. Und dieser Scheiß Blitz gibt dir nur eine Scheiß... Alter nein. Nein nein nein. Perfekt ich schaff es noch ich schaff es noch ich schaff es noch ich schaff es noch ja geschafft Ach das sind nur Speeds für Flugzeuge Genau Alter das flugzeug so scheiße ist zu steuern jedenfalls für mich Oh ja ich bin ja auch grad voll am Camp Ja nein 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 wechselt Nochmal durch die Rü- oh nee Runde 2 von 2 genau Was hast du eingestellt Ich hab nichts eingestellt das war Standardeinstellung Mann du hast die Scheiße ausgewählt ich wollte das nie ich wollte keine Kinder Was? Egal machen wir noch ne Runde Ich dachte das machen wir noch mehr Kinder Ach das kann man auch machen Ach das kann man auch machen Ja nein nein So vielleicht schaff ich es jetzt mal mit einem Heli besser aber auch nur vielleicht ich hab grad die totalsverspannung im nacken ey das geht mir grad so hartkauf in erfen schwingen schwingen von mir aus kannst du verkacken mit dem Elit bitte nicht schwingen gerade hin und her und hin und her okay so wie es aussieht werde ich jetzt mit den heli easy first try machen das habe ich auch vorhin first try gemacht easy jetzt bin ich nach links gefahren jetzt fahr ich nach rechts ich fahr jetzt das war eine domme idee okay gut für mich der feiner link ich bin doch schwer behindert was fliegen angeht hey komm ich mal nach rechts auch da schon okay hat sie wie vollgebracht dass man jetzt hier so oft wechselt irgendwie das ist ja verwandt ja jetzt ist es hier wie sonic in all source racing scheiße ey mehr ist dort nicht es gibt noch viel geilere Verwandte das ist Sonic verarmt also wenn ihr wollt dass wir mal solche komischen dinge mit Boote spielen dann lasst nochmal ein Like da ich werde hier so ein Like-Battler ich montiere so ein 0815 youtuber hat er nicht gesagt darf er das youtube ist ja kein schwuler schwarzer ich glaube schon wieder zu viel scheiße ne ja ich weiß ja wie immer wie diese propeller flugzeug scheiße ey ne und er auch immer bei einem Arsch ja den leckt man fein fach 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 und mach mir das mal nach ich mach die letzte röhre auf den kopf und ich schaff's auch noch ich hab's doch geschafft ich bin durch und hab's geschafft ich konnte leider nicht bremsen weil ich habe in letzter Sekunde auf mein Auto gewechselt und wurde dermaßen ein Ziel gesteuert aber hey du schaffst es ja auch noch oder auch nicht du bist der erste jetzt muss ich hier so ein Depp machen oder sowas oder wie das diese Jugend von heute macht vor allem ich habe jetzt einmal Geld auf mich gewinnt und verlieren noch eine Runde oder reicht das erst mal was gibt es denn hier noch ich würde sagen wir hängen noch eine kleine Runde dran und wir kommen zur zweiten map okay sag an habe ich doch schon da ist mein Motorrad ich glaube ja ich nehme Carbone er ist fertig weil es aus Carbone ist oh yeah ich kann nicht mehr mein Ausfit was für eins deutsch schon wieder ich habe Musik ausgestellt und es kommt Musik wieder da ist der Biker Clown da ist der Biker Clown ja du bist ne du du bist doch dumm nimmst den scheiß Shopper für so nen Parcours hier ja wenn du damit irgendwas geiles fahren musst kommst du da was ist das keine Ahnung ja wahrscheinlich wie geil ist das denn Alter ich war einfach voll gegen die Wand wer denkt sich sowas raus ja Rockstar wer sonst dabei Alter Arschbombe tschüdelü Du kommst ja nicht vorbei man du Arsch doch ich hatte so schön Windschatten ey la ist das geil alter tschüss Ich hätte gelacht, wenn du da jetzt voll gegen die Wand geklatscht wärst. Ich hätte geweint. Ey, jetzt holt er sich schon wieder Windschatten, ey. Nee, ich glaub Windschatten das nächste Mal wird... Hast du auch gerade gemacht. Nein? Du hast es mir verwehrt? Nein, du machst es doch jetzt auch gerade wieder. Nein? Hayley? Gebt niemals so eine 2 bekloppen wie uns, so ein Spiel, ey. Nein, ich häng hier fest. Wie? Verdient, ey, verdient. Verdient! 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 Auszeichnung Höhenkoller! Ja, perfekt! Ich stürz gleich ab! Bei mir qualmt alles. Bei mir qualmt alles. Bei dir auch. Alter nein, nein, nein! Ich glaub ich bin... Du eine Explosion bitte! Du eine Explosion! Tschöön! Du ein kleines Arschloch! Ich fand den anderen Heli besser von der anderen Map, der war irgendwie besser, weil's besser war. Na ja, oder erst heutzutage darum und jetzt ist er besser, oder was? Der war wenigstens besser als das hier, der ist irgendwie scheiße! Wie dein Gesicht, was? Wenigstens hab ich nicht so ne Codstuhle in der Fresse wie du. Wo kommst du eigentlich jetzt schon wieder her? Keine Ahnung, ich park mal hier! Wie er einfach wieder weg zu euch. Aber ich war erster! Dass der Heli überhaupt noch fliegt. Ja, der hört sich auch nicht mehr so gesund an. Ich hoffe, bald wird's gewechselt. Aufm Boot. Okay, cutten! LOL Ja, und dann auch so ein geiles Boot, ey! Genau! Bist du auch unter Wasser gewesen mit dem U-Boot? Nee, ich war nur mit nem Arsch im Wasser, wenn ich... Alter! Ich war komplett unter Wasser! Wollten wir nicht eigentlich ein Rennen spielen? Ja, irgendwie schon, ne? Ich glaub, wir fahren hier mit minus einem Knoten, ey! Wir fahren gleich rückwärts! Warte mal! Ja, bei Schifffahrt war's doch Knoten! Oder? Ja, die Boost bringen hier bei den Booten auch nix! Hahahaha! Das müsste durchgehend sein, dann wär's geil! Da vorne wieder aufm Torwart gerästet, ey! Vor allem der... Vor allem der Fuß, wo ich gerade durch bin... Der haut dich bis zur Hälfte vom Boost mit Vollspeed und dann ist wieder Ende! Nur weil ich kurz mal geparkt habe, ist der jetzt auf dem ersten Platz! Das, das, das geht doch nicht! Und da bleibt er auch! Das gibt Beef am Meer! Schwör! Loi, was ist das denn für ein Flugzeug? Loi, die kenn ich ja gar nicht! Propellerflugzeug, wo der Propeller oben ist! Pt! Ach du Scheiße! Wenn ich das andere Rennen nochmal fahren kann! Ich kenn das Teil hier nicht, Mann! Weiß nicht, wie ich hiermit fliegen soll! Please! Hilf doch! Ähm... Schaff ich es noch? Mit Gas machst du Gas? Schaff ich's noch? Ja, ich schaff's noch! Fuck, ich bin aufm Kopf! Scheiße! Wie geil! Ich hab's in der Rohre nicht gesehen! Da hat man sich die ganze Zeit gedreht! Was ist denn das für ein geiles Auto? Ja, hab ich mir auch gerade gedacht! Wollte grad gucken wie das heißt, aber steht da nicht! Das wird wieder so ein Auto sein, was ich mir niemals leisten kann im Leben! Ja, ja! Ja, ja! Bestimmt wieder irgendwas, dass du einfach die ganze Zeit umgeportet wirst! Die ganze Zeit umgeportet wirst! Und... 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 Und nochmals! Und... 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 anwachen er geht ja auch hier in der das heißt glaube ich geht ja nicht mit der arbeit der droht aber auch sehr die scheiße gleich voll wie die du bist und ich glaube wir haben Beleidigung an Wachstum das ist ja keine Beleidigung ist ja die Wahrheit wobei ich muss sagen es ist geil und jetzt wieder diese Scheiß ooooooh der Kackheli ich glaube das nächste mal diese Runde hier werde ich sowas von verkacken da wird es nicht einfach nur eine kurze Landung geben da gibt es eine Explosion und warum bist du schneller als ich ich bin hängen geblieben das ist mir schon bewusst aber warum bist du schneller danke gerne gerne ah nein schon wieder was gut ist ich bin bis jetzt noch nicht verhängen geblieben ich zweimal dreimal okay ich nur von der ersten auf der zweiten aber sonst nicht man jetzt hier da und nein 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 zu zu nein 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 bist du schon im Flugzeug oder noch im Heli äh im Boot jetzt schon jetzt bin ich unter Wasser so wie du eben ja jetzt schon bleib mal stehen wir machen mal ein Rennen mit dem Boot am Arsch einmal nein komm einmal ein Rennen mit dem Boot das Boot muss unter Wasser sein denn es ist schneller ich weiß nicht ob ich dir vertrauen kann guck mal du bist doch schnell genug warte vor den Speed los ein Rennen ich bin doch ich hab gebremst bloß die Wellen haben mich reingedrückt das sind die Ausreden ich schwör ey ich mach voll Beef okay und go ich geb grad Vollgas schon die ganze Zeit falls du aussah dass ich gebremst habe nein ich geb grad Vollgas und und so oh süßer kann man ne Runde angeln ich muss eigentlich mal ne Knauzebos geschehen irgendwo nirgendwo vielleicht die ist wieder weg oh neiiiiin neiiiiin ha 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 ich werd hier doch wieder verkacken weil sich die Röhre so ekelhaft dreht dann bin ich gleich wieder auf den Kopf alter warum ist das doch so schnell ey ne ja jetzt bin ich auf der Seite aber jetzt hier da so so nein so gerade und perfekt hab mich überdreht scheiße mann irgendwie ist mein erster Try immer so scheiße und dann bei der zweiten Runde bin ich irgendwie besser und dann bei der zweiten Runde bin ich irgendwie besser woher kommt das Dutch the Crash missed uuuuunt huiiiiiii huuuuuuuuunt huiiiii huuuuuuu zwei Millionen mal porten hier echt geil uuuu 95% oh fuck das ist er zelf ich brems da kurz ab ich би immer so nett cause mach das Danke. Nein, ich schaffe es doch! Sogar mit einem Wheelie rein, extra. Nein. Oh, dachtest du, dachtest du. Andere mal 22.000, ich werde reich und level up. Perfekt. Na, ich glaube mal, zwei Rennen reichen für diese Folge wieder. Ich hoffe, es hat gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao. Ach du Scheiße, der hat Reifen verloren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.